Hallo Leute, hier ist auch ein Aufzug in der Berliner Straße. Hier ist unser Thema für jeweils ein OTIs 2000 Europa, hier war früher ein OTIs 2000 Europa, heute wurde in der Allemodszeit im Jahr 2027. Und wie ihr sehen könnt, hier war früher ein OTIs 2000 Europa, hier war früher ein OTIs 2000 Europa, hier habe ich den alten Weltkern schon gefilmt, aber leider ist es kann. Und das ist ein, dieser Aufzug ist ein Haushalt, das ist ein Haushalt, das ich weiß, obwohl da ein Ansteiger hat es ein Haus haben, wo dann OTIs, und dann aber ein Alten wäre schön gewesen. Aber nein, ich wusste nicht, dass es neu ist, das wusste ich dahin, ich wusste vorher nicht. Aber ich hätte in der Tausendzeit noch aufzuführen können, aber ich wusste halt nicht. Deswegen steht hier auch noch, hier ist 47 NG, 7347, das heißt, dass früher mein OTIs 2000 Europa war, weil hier NG steht. Deswegen A2000 Europa, wenn wir mal hier. Ja, ich habe ein Alten von alten OTIs, und ja, ja, hier war früher alte OTIs. Na, leider muss es jetzt echt schade. Ich halte nichts, ja. Zum Auslösen des Notrufs bitte länger drücken. Dann, vielen Dank für das Zuschauen, und bis zum nächsten Video, hier in der Wetterfahnden. Ciao. 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 Ciao.